Wir alle kennen das. Sims 3 hängt sich auf oder fängt an zu laggen und wir alle fangen an zu Gott zu beten, dass das Spiel nicht abstürzt und wir den ganzen Progress, den wir gemacht haben, nicht verlieren. Aber ich zeige dir in einer dreiteiligen Reihe, wie wir dieses Problem vielleicht vermeiden könnten. Hey und herzlich willkommen zum nun schon dritten Teil und auch letzten Teil dieser Videoreihe. Falls ihr Part 1 und Part 2 noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Wir reden darüber, wie man die Sims 3 möglichst lagfrei bekommen kann. Und heute geht es um Einstellungen, die man innerhalb und außerhalb vom Spiel vornehmen kann, damit das Spiel flüssiger läuft. Fangen wir an mit einer kurzen Storytime und zwar war damals dann mein neuer PC endlich da. Ich habe ihn angeschlossen, Sims 3 installiert und mir wurde empfohlen, auf den niedrigsten Grafikeinstellungen zu spielen. Zumindest war das in den Einstellungen schon sofort gegeben und ich dachte, der möchte mich verarschen. Habe dann alles auf hoch gestellt, bin ins Spiel reingegangen und es hat geleckt wie Sau. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis das Spiel dann endlich abgestürzt ist. Ich habe dann gemerkt, ich kann das Spiel leider nur auf den niedrigsten Grafikeinstellungen spielen. Habe es dann nochmal neu installiert und dann bekam ich auch endlich die Meldung, dass Sims 3 meine Grafikkarte nicht erkennt. Also ihr bekommt die Meldung nicht immer. Aber ihr könnt selber nachgucken, ob das Spiel die Grafikkarte erkennt oder nicht. Um herauszufinden, ob euer Spiel eure Grafikkarte erkennt, müsst ihr einmal in den Die Sims 3 Ordner, den ihr im Dokumenteordner findet. Also Dokumente, Electronic Arts, Die Sims 3. Und dort findet ihr ein Textdokument, das heißt Device Config. Das öffnet ihr einmal. Scrollt ein bisschen runter und findet dann Graphic Device Info. Da müsste dann der Name eurer Grafikkarte stehen und ob er die gefunden hat oder nicht. Falls ihr sie nicht gefunden habt, steht entweder zwei Nullen dort oder es steht eine Eins und eine Null dort. Unser Ziel ist es aber, dass wir zwei Einsen haben. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es hier ein Guide. Und zwar in dem Forum Karls, die Sims 4 Guide. Das ist aber ein Sims 3 Guide, keine Sorge. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit mit einem Programm. Die finde ich aber ein wenig sehr umständlich und das finde ich viel einfacher. Deswegen erkläre ich nur diese Methode. Ich verlinke euch diese Seite natürlich auch in der Infobox. Die öffnet ihr dann einmal und dann findet ihr hier einmal dieses Klick hier. Da geht ihr einmal drauf und er leitet euch direkt zum Ende des ersten Posts weiter. Nun seht ihr hier ganz unten zwei Anhänge. Einmal GTX 1060 Ti Zip und RTX Series Zip. Jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Grafikkarte ihr habt. Ob ihr eine RTX Grafikkarte habt. Dann ladet euch natürlich die RTX Series runter. Ich habe jetzt eine GTX 1060. Also lade ich die GTX 1060 runter. Da sind übrigens nicht nur Nvidia Karten vorhanden, sondern auch AMD Karten. Ihr klickt dann einmal da drauf und schon ladet er, lädt er die Datei runter. Die öffnet ihr einmal. Und dann seht ihr hier diesen Ordner. Und in diesem Ordner sind zwei SGR Dateien drin. Einmal Graphic Cards und einmal Graphic Rules. Diese Dateien gibt es auch schon in dem Programmverzeichnis von die Sims 3 und die müssen wir jetzt ersetzen. Wir gehen also einmal Datenträger, wo die Sims 3 installiert ist. Programme My86. Origin Games. Die Sims 3. Game und Bin. Und hier seht ihr auch schon direkt, sind diese beiden Dateien vorhanden. Ich empfehle euch persönlich ein Backup zu machen. Das heißt, diese beiden Dateien zu kopieren und auf den Desktop einzufügen. Da, bei mir hat es Wunder verbracht. Aber es gibt auch Menschen, da hat das wohl nicht so gut geholfen oder hat auch das Gegenteil vollbracht. Das ist also sehr unterschiedlich. Falls ihr es nicht kopieren möchtet und auf dem Desktop haben möchtet, falls ihr das Spiel über Origin repariert, kriegt ihr auch die originalen Dateien wieder. Dann braucht ihr selber gar kein Backup machen. Ihr ersetzt also diese beiden Dateien mit dem aus dem ZIP-Ordner, kopiert die einfach und fügt da ein. Ich mache das jetzt nicht, weil ich das schon getan habe. Und falls ihr das erledigt habt, öffnet ihr bitte einmal die Graphic Rules. Kurz, meine ist natürlich jetzt schon bearbeitet, aber dann seht ihr hier SETI Texture Memory und da müsste normalerweise 30 stehen, falls ich mich recht erinnere. Das müsst ihr einmal zu 2048 ändern oder 1024. Und zwar geht das darum, dass ihr dem Spiel mehr Speicher von eurer Grafikkarte zuweist. Meine zum Beispiel hat ganze 6 GB. Da sind diese 2 GB zum Beispiel kein Problem. Die meisten Grafikkarten haben aber auch so 1, 2, 3 oder 4 GB Speicher. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr euch nicht sicher seid, es reichen auch 1 GB. Ich würde nicht mehr als 2 GB dem Spiel geben, da ich selber das mal versucht habe und das Gefühl habe, nach 2 GB tut sich da einfach nicht mehr, was dem Spiel gut tun könnte. Dann seht ihr unten noch SETI CPU Level High, Medium und Low. Bei High findet ihr schon eine 3 und diese 3 könnt ihr auch bei Medium und Low setzen. Das dann einmal auf Datei und speichern. Falls ihr es nicht speichern könnt, zieht die Graphic Rules einmal auf den Desktop, nimmt die Änderung vor, speichert das und ersetzt das wieder in den Binnenordner. Und das war es auch schon. Kommen wir nun zu einer optionalen Einstellung für alle Leute, die eine Nvidia-Karte haben. Da müsst ihr einmal auf das Nvidia-Symbol und die Nvidia-Systemsteuerung öffnen. Dann öffnet sich dieses Fenster und ihr geht auf 3D-Einstellung, Verwalten, Programmeinstellung und wählt die Sims 3 aus. Bei mir ist es jetzt schon ausgewählt. Normalerweise könnt ihr es hier in der Liste auswählen oder ihr fügt es hinzu. Und dann scrollt ihr ein bisschen runter. Und hier ist die vertikale Synchronisation. Die bitte einmal auf Einstellen und die maximale Framerate auf 60 FPS stellen. Falls ihr einen 140 Hertz Monitor habt, das ist schön und gut. Aber falls ihr mal die Sims 3 auf 144 Hertz gespielt habt, wisst ihr, dass das nicht so schön und gut ist. Also empfehle ich maximal 60 FPS. Das ist auch bei Weitem genug. Und die vertikale Synchronisierung vermeidet sozusagen Stottern vom Spiel. Falls ihr eine AMD-Karte habt, müsst ihr mal gucken im AMD-Control-Panel, ob ihr da ähnliche Einstellungen findet. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Ich habe bisher auch nur Nvidia-Karten gehabt. Aber bestimmt mit etwas googeln oder selber gucken, sollte es auch ähnliche Einstellungen bei euch geben. Und jetzt sind wir auch schon im Spiel selber und gehen auf die Optionen. Und ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil normalerweise habe ich sehr detaillierte Grundstücke auf 1. Ich habe normalerweise, glaube ich, auch die Objektausblendung aktiviert. Es ist empfohlen, die zu aktivieren. Ich mache sie jetzt mal wieder rein. Und da könnt ihr sehen, ich habe den Vollbildmodus nicht aktiviert, weil ich halt eben aufnehme. Wenn ich ihn aktiviere, dann ist Sims 3 irgendwie in der Aufnahme ganz, ganz dunkel. Deswegen spiele ich im Fenstermodus. Würde ich jetzt nicht aufnehmen, würde ich persönlich lieber im Vollbildmodus spielen. Da könnt ihr nämlich auch die Bildwiederholrate einstellen und dann auf 60 oder auf Standard. Und fangen wir an mit der Reflektionsqualität. Ich empfehle Spiegel und Wasser, weil Superwasser ist einfach absolut unnötig. Es sorgt auf jeden Fall für Legs. Die Kantenglättung ist so eine Sache, das ist eigentlich egal oder optional. Also je nachdem, was ihr präferiert. Ich hatte zum Beispiel den Reshade bei mir drin. Und da musste ich das auf Aus haben. Ich bin jetzt aber auch so jemand, ich zoome nicht so krass rein und achte auf jedes kleine Detail. Falls ihr das zum Beispiel macht, stellt das gerne auf Ein. Ich habe es wie gesagt auf Aus. Die visuellen Effekte habe ich auf Hoch, aber ganz viele Leute machen die auch auf Mittel. Ich würde empfehlen auch so Mittel bis Hoch. Das ist dann auch wieder eine Präferenz. Licht und Schatten. Denn tatsächlich ist der Unterschied von Hoch und Mittel sehr, 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 sehr gering. Deswegen würde ich empfehlen, das persönlich auf Mittel zu stellen. Und Baumdetails, warum auch immer ich die auf sehr hoch habe, ich möchte die auf hoch haben. Baumdetails, also da gibt es schon einen Unterschied zwischen Hoch und sehr hoch. Aber wer achtet so stark auf Bäume? Also wen interessiert das, ob er jetzt die High Quality HD Definition 4K Bäume hat? Just saying, also mir reichen sie auf hoch. Dann die sichtbare Fläche habe ich auf hoch. Das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Die sehr detaillierten Grundstücke habe ich aber nur auf drei. Warum auch immer sie auf acht waren. Ich habe sie nur auf drei normalerweise. Weil ich zoome jetzt nicht so weit raus, dass ich auf einmal acht Grundstücke gleichzeitig hoch getailliert haben möchte. Sondern mir reichen einfach nur drei. Mein eigenes Haus und ein, zwei andere. Und das kann auch um einiges Lecks verringern. Wenn ihr das auf acht habt, dann seht ihr natürlich die ganzen Grundstücke bei euch in der Umgebung. Das kann schon lecken. Ich würde es einfach empfehlen, auf eins bis vier zu haben. Kommen wir nun zu den Texturen und Sim-Details. Texturen-Details kann man auch auf mittel machen. Sim-Details würde ich auf jeden Fall auf sehr hoch machen. Aber ja, bei den Texturen-Details mittel oder hoch, da ist auch gar nicht so ein großer Unterschied. Das ist halt eher optional. Ich habe es jetzt bei mir auf hoch. Weil diese zwei Sachen sind mir dann schon eher wichtig. Aber das ist jetzt auch tatsächlich gar kein Wettkampf. Nach dem Motto, wer kann die Sims 3 auf den höchsten Einstellungen super spielen? Also ganz ehrlich, mir ist Gameplay wichtiger, als dass alles unglaublich hoch aufgelöst ist. Deswegen würde ich auch nie ein HQ, also High-Quality-Mod installieren. Niemals. Die sind auch gar nicht für das normale Gameplay ausgelegt. Und das sind halt so die Grafikeinstellungen, die ich im Spiel habe. Gehen wir mal weiter zu den allgemeinen Einstellungen. Ich habe den Store-Modus aus und die Hinweise aus, die Erinnerungen deaktiviert und den interaktiven Ladebildschirm aktiviert. Zum einen kann der interaktive Ladebildschirm dazu führen, dass es einfach endlos lange lädt. Und ich möchte einfach nur kurz auf mein Handy schauen und dann schon direkt ins Spiel gehen. Ich glaube, mittlerweile dauert das bei mir auch nur noch eine Minute oder zwei. Das geht also recht schnell. Dann Store-Modus. Mich interessiert es nicht. Also wenn ich was aus dem Store kaufe, dann gucke ich immer, wann etwas im Tagesdeal ist, damit ich möglichst wenig Geld ausgebe. Und ich brauche es nicht unbedingt in meinem Spiel. Ja, weil es ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Und die Erinnerungen, ich glaube, da wissen auch ganz viele Bescheid, dass Erinnerungen auch für kleine Lacks sorgen können. Ich stehe da jetzt nicht so drauf. Ich brauche sie nicht. Es ist am Anfang ganz schön, weil man damit noch nicht gespielt hat. Aber mittlerweile hat man jede Erinnerung schon zehnmal bekommen. Und das war es dann auch. Und ich glaube, das war es. Also für die Leute, für die es wirklich sehr schlimm leckt, ihr könnt dann gerne auch noch hier dieses Tage, Regen, Schnee und Nebel ausmachen. Ich glaube, davon möchten aber die wenigsten von uns verzichten. Deswegen könnt ihr das auch lassen. Und das sind so meine Einstellungen. Das wäre es dann auch von mir. Ich werde euch in der Infobox übrigens noch eine super tolle Seite verlinken. über Sims 3 Graphic Performance Guide. Da könnt ihr hier zum Beispiel auswählen. Nehmen wir jetzt mal visuelle Effekte. Und da seht ihr dann einen direkten Vergleich, was der Unterschied ist, wenn ihr das auf Low, Medium und High habt. Und hier könnt ihr auch noch sehen, welchen Unterschied das in der Framerate per Second, also in der FPS macht, ob es das Leck verringert, ob das Spiel flüssiger läuft und, und, und. Und die Leute, die gut Englisch können, die können sich dann auch gerne noch das Recomment Settings durchlesen. Also da wird dann auch, werden auch Einstellungen empfohlen. Daran habe ich mich damals auch so ein bisschen orientiert, als ich die Grafikeinstellung von meinem Spiel gemacht habe. Und das war ein super Guide, wirklich sehr hilfreich. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Das war es an dieser Stelle auch von mir. Ich hoffe, ihr fandet die ganzen drei Videos super hilfreich. Falls ihr jetzt erst mal nur das Video geschaut habt, hoffe ich, dass ihr das Video super hilfreich fandet. Nachdem ihr das vielleicht angewendet habt, berichtet mir sehr gerne, ob ihr einen Unterschied merkt, ob es euch geholfen hat. Mich interessiert es wirklich super, super sehr. Ich freue mich gerne, also ich freue mich immer, von euch zu hören und eure lieben Kommentare zu lesen. Das macht mich immer ganz glücklich. Und ja, das wäre es so von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es gerne. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüssi!